Kurz erwähnt, alles knapp gewesen und hier noch einmal zu sehen, ah, jetzt sehe ich es ganz genau, Omark klemmt da den Puck und den Schlitzschuh und zieht da sowas zu, ach du meine Güte, hier noch einmal zu sehen, da die entscheidende Szene, Marty viel kräftiger und schwerer, er kommt dann allerdings trotz seiner Reichweite nicht an den Fuss von Omark.